Hallo und herzlich willkommen zurück zu NBA 2K17 MyCareer. Wir spielen das Championship Game, in dem wir die Trophäe gewinnen können. Gegen eine Mannschaft, die natürlich sehr krass ist. Man spielt ja anscheinend immer gegen eine andere, habe ich gehört. Hier beim Aufwärmen wieder Series dabei, klar. Auf jeden Fall eine Schule gegen College, wo wir auch hin hätten gehen können. Wir spielen also gegen Louisville, gegen die Louisville Cardinals. Und mal schauen, wie das alles abläuft. Ich weiß es ja, hier ist die Band. Ich weiß es ja, aber ihr natürlich nicht. Schaffen wir es oder schaffen es nicht, egal. Gewinnen wir den Pre-Game-Tipp, unser Team. Ja, gewinnen wir. Damit haben wir den ersten Spielzeug und laufen natürlich Pick'n'Roll mit Warren. Was natürlich super funktioniert. Und Price hat seinen ersten Wurf, seinen ersten Dreier macht ihn direkt rein. Super. Alles cool. Wieder ein Pick'n'Roll mit Warren, weil das immer so gut klappt. Ich habe alleine Zug zum Korb und werde ihn mit zwei Händen rein danken. Macht schon wieder ein geiles Highlight, weil ich natürlich mit reinschneide. Immer die Highlights. Ganz klar. Warren. Pick'n'Roll. Sehr schön. Und der nächste Dunk. Aber diesmal Einhänder. Ich finde, die Einhänder sehen aber auch besser aus als die Zweihänder, weil die Zweihänder sehen aber so schwerwiegend aus. Jetzt hätte ich gar keine Agilität. Habe ich aber ein bisschen. Und Alabaster kann er ihn reinmachen? Yes. Alabaster. Schöner Assist auch wieder von mir. Und Pick'n'Roll mit Alabaster. Wie wir sehen. Jetzt bin ich hier ganz alleine. Und ich dachte zuerst, ja, mit dem Dreier habe ich aber Donny dann doch nicht gemacht, weil ich mich nicht trauere. Zu scheiße. Werde ich aber auch in der NBA öfters mal machen. Und hier kommt ein cooler Korbleger von mir. Und ja, hier kommt eine kleine Defensivsequenz. Beziehungsweise die Uhr läuft einfach runter. Das heißt, sie müssen den Wurf forcen. Und ich dachte mir, ich laufe einfach mal und mache einen Midrange-Wurf. Ja, ein langer Zweier. Steht 10 zu 14 für uns. Und wir hier haben 8 Punkte, 1 Rebound, 2 Assists. Und, ja, ein okayes Spiel. Von den Punkten her super. Von dem Rest her nicht so geil. Vor allem, weil ich ja eigentlich ein Spielmacher bin und nicht so unbedingt eher ein krasses Scorer. Aber hier holen wir uns den Stil. Ich dachte, okay, dann machen wir einfach ein End-Won. Ganz krass. Ich gehe einfach drauf. Ja, und genau das kann man hier zeigen. Ganz schön. Ganz super. Ja, dann gehen wir in die Freiburg-Linie. Gucken wir mal, ob wir den hinkriegen. Freiburg-Linie sind ja jetzt komisch anders, aber wir kriegen ihn hin. War nicht perfekt, aber war okay. Alles cool. Pick a roll. Und and one. Yeah, man. Für uns im Center. Können wir den Namen immer noch nicht merken. Ja, er holt sich den Rebound. Und wir laufen den Fast-Break, der nicht mehr so ein Fast-Break ist. So, und wir werfen einfach den Mid-Range. Perfect Release. Alles super. 13 Punkte. Und hier verlieren wir den Ball. Das ist unsere Schuld. Wir haben Turnover. Und hier machen wir den Chase-Down-Block. Alle Broaden-mäßig. Mann, Witz. Egal. Wir holen jetzt den Rebound. Laufen Fast-Break in der nächsten Sequenz. Und werfen den Mid-Range. Wurf. Das heißt, wir haben nochmal ein schönes Championship-Game. Wo wir einfach 15 Punkte haben. 7 vor 9. Richtig geil. Und wir gewinnen die Trophy. So eine Zeremonie gibt es jetzt nicht. Ja, klatschen uns alle ab. Ja, wir haben zwar gewonnen, aber so eine Trophy-Übergabe oder sowas gibt es jetzt eigentlich nicht. Natürlich schade, aber naja, was soll man machen. Wir feiern noch ein bisschen mit den Fans. Das auf jeden Fall. Ganz klar. Illi, äh, nicht Illi Neu. Äh, hier unsere, ähm, Gegner. Die Cardinals. Die trauern natürlich rum. Und wir stehen als Einzige vom Team noch drauf. Parkett und dubbeln mit den Fans. Laufen irgendwo anders hin. Keine Ahnung. Wir gehen. Abklatschen muss ich. Als Team-Bait. Naja. Jetzt laufen wir auch wieder in die Kavinen. Thanks for joining. Georgetown ist komplett aus dem Häuschen. Und, ähm, es scheint so, als hätten wir abgeliefert im wichtigsten Spiel unserer Karriere bis hierhin. Ja. Ja, es kommt natürlich auch immer eine negative Sache. Und die Draft-Prognose hat sich natürlich nicht verändert. Gottes Willen, wie kommt denn da rauf? Wie kommt ihr denn da rauf? Und, äh, ja. Das heißt wiederum. Das heißt, ich kann nicht glauben, ich bin über die Pro. Und, äh, ich bin über die Kavinen. Ich bin über die Kavinen. Und, äh, ich bin über die Kavinen. 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 Aber du hast es geschafft. Aber du hast es geschafft. Ich bin über die Kavinen. Wie lange das ist. Das ist das. Du hast es nicht verändert. Du hast es immer, wie alles verändert und du musst so schnell adaptieren? Ja, aber ein paar Dinge müssen sich nicht ändern. Vielleicht geht's. Oder finde du bist militar. Ich bin mir ganz klar. jackenein Fucker full finite. Mitował und meiner Mutter. Und mich? Ich kann dich auch. Whatever. Ich kann dich nicht wetten. Ich kann dichkeepersRUN aufford. Es ist mir wirklich gut. Du bist dann mein Skawti Pippen. Ich denke mir gert можешь sich als könnt. Du bist so gut gelangig. Ich bin glücklich, dass du hier mit mir bist. Wow, sieht das? Ich wünsche dir das. Das ist ziemlich cool. Mhm. So, wo haben sie dich jetzt? Oh man, ich kann nicht mehr aufhören. Well, look. Ich habe meine Sache gemacht. Ich habe dich offen geöffnet. Und nicht vergessen mich nächste Woche du kriegst du in der Warden. Grant ist solely responsible für meine Basketball-Success. Look man, I won't even have to do all that. You're gonna be up there with me. Oh man, maybe, but I'll probably be in Europe somewhere next year. Whoa, whoa, Europe man? Look, I can't see that there's possibly 30 guards in the NBA who are better than you. Maybe not man, but we'll see how it goes. Nah, I'm serious. Prez, don't worry about me, alright? We'll link up man. Anytime you wanna log on the sticks and lose a game or two, I'll be there. But no, seriously. I'm good man. I'm happy for you. Appreciate that man. It means a lot coming from you. Yeah. Look, let me practice my speech. Huh? I gotta thank the person who is responsible for most of the points that I've scored this year. My homie and the person that I always beat in video games. Grant Alabaster. Any words Grant? I feel like T.O. right now. That's my quarterback. That's my teammate. Alright man, enough, 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 enough. Yeah, 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 yeah. You won't have, are you really gonna cry when we're up there? I'm really getting a little emotional right now. Okay, okay. Let's finish the game. Yeah, let's do it. Are you crying because I'm beating you so bad? It's not funny. It's not funny. Okay. What's up coach? Hey, the big man on campus. Grab that basketball and bring it over and make yourself useful. Alright. Oh, so you do remember how to pass the ball. I never forgot how to pass. They just keep asking me to shoot. Good to see you. So what's the man to do? You too. Mr. President, huh? That got out of hand pretty quick. Well, it's a catchy name. What can I say? Hey, look. If you wanna hang around, I got the sixth graders coming in here in a minute. Remember coming in here every Saturday? You know, you were hard on me even then. I only know one way and that's how I work. And that's why I'm here. Look, I can't talk to my college coaches and I trust you more anyway, but... I need to get ready. Pre-draft camps are coming up and then Summer League and then... You know? Yeah. Alright. Well, you help out today and then we'll get to work. Get to work like today today? Yeah, like as soon as they leave. Alright. Is there any better time? No, I'm ready. Let's do it. Yeah, you get ready and stay ready. You ain't gotta get ready when somebody call you to get ready. I like it. I like it. And you know what? Be careful. Cause one of these kids coming in here could dethrone you in the next ten years. I don't know about that. Spread out those cones for the dribble drills. Lee, where you want them? On the ground. On either side of the paint. Same way we've been doing for the last ten years. Alright, alright. I didn't know if you had a new drill or if it's the same old drills or what. Hey look, if it ain't broke, I ain't gonna fix it. I know, that's your style. With the first pick in the 2016 NBA draft, the Philadelphia 76ers select... Tja, und das war's mit der NBA 2K77 Prelude. Natürlich ein bisschen zu spät, weil natürlich das Ergo-Original-Spiel schon draußen ist. Also ich hab schon ganz viel voraufgenommen. Aber in der nächsten Folge seht ihr das US National Game. Mit mir natürlich. Im Finale von den löpischen Spielen. Mit mir. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Kommentiert, abonniert und teilt das Video auf sozialen Netzwerken, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.